So, eine neue Saatmaschine. Lohnfortzahlung. Ey, ich glaube, es sagt dafür, dass er mir da die Felder verrummissen will. So, ich kann mir Ballen kaufen. Warum? Paletten. Was sind da drauf? Dünger, Pflanzenschutz, Setzlinge, Zucker. Ach so, ja. Ach, das ist ja wieder noch was anderes. Pflanzenschutz. Nee, Dünger. Gift. Dünger und Gift. Flüssig. 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 So. Schweinehutter. Hafer. Weizen. Saatgut. Ich kann fertiges Futter kaufen? Chickenfeed. Premium Chickenfeed. Ich kann fertiges Futter kaufen? Wie geil ist das denn? Warum mache ich mir da die Mühe? Weil es teuer ist. So. Äh. Den habe ich gekauft, ne? 2800. Halt. Ich habe noch Gewürz. Ich habe noch Gewürz. Ich brauche kein Gewürzgeöfen, hör mal. So. Da ist Weizen drin und Mais. Ach, halt doch mal. Einfach die Fresse. Was kommt davon, wenn man sich so einen Tourne-Half-Man-Marathon antut? Das ist super Hammer, babe. Lecker. Alter. So. So, jetzt frage ich mich hier. Kann ich den Schrons vom Boden aufladen? Warte mal, mein lieber Freund. Ähm. Es ist gerade so verdächtig still, ne? Warte mal, mein lieber Freund Taks, Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Minimaler Spielraum ist noch, aber das ist erstmal okay So So Musst du die aufklappen Zuklappen So Aufklappen So Muss man halt im Auge behalten Sonst wird das Ganze hier wieder mal Nur eine Katastrophe So Das war schon mal eine glorreiche Idee Muss der hier stehen bleiben? Der könnte erstmal da stehen bleiben Ich wüsste nicht, warum ich ihn jetzt bewegen sollte Hm, ich überlege gerade mal eben So In den kleinen Fiat da hinten ist Dünger drin Und wir haben ein ganzes Kalklager draußen stehen Wenn das regnet, das wird richtig lustig So Bin ich eigentlich immer noch auf Echtzeit, sag mal Ja Aber ich wundere mich gerade, dass schon wieder 1407 ist Ingame So Jetzt hab ich mir mal kurz überlegen hier Hör mal Wie sieht es überhaupt mit den Feldern aus, sag mal Das dauert noch Das dauert Wenn du die Zeit ein bisschen schneller drehst, dann wird das auch schneller reif Also ich merke mir jetzt mal, was hier passiert Ach, guck mal hier Ach, guck mal hier Da wird schon dunkler, ne? In effektives Arbeiten. Das Ding da, der Pinky ist ein Geldfresser, ey. Eine Heuscheune ohne Heu. Aber wenn ich das Gras mähnen will, die Maschine kostet ja auch wieder ein Scheißgeld. Ach, es ist doch alles zum Verrücktwerden, sag mal. Es ist doch alles zum Verrücktwerden. So, hast du beim Warten wenigstens etwas Sinnvolles getan. Komm, stell dir richtig ab. Die Kohle, du, die wandert abwärts. Warte mal eben kurz. Ich meine, das ist Weizen, ne? Ich habe nämlich nicht auf die Saat geachtet. Alter, du bist... Boah, du hast nochmal das Glück, ne? Das Glück ist mit die Doofen. Die Doofen, hör mal. Hafenort immer noch 1.8. Mit die Doofen dran sein Tun gerät. Halt. Ich will jetzt mal was nach. Ich will mal was wissen. Der, der verliert überhaupt keine Saat. Oder warte mal, vielleicht bin ich auch einfach nur dämlich. Das muss ich doch jetzt mal wissen, Hör mal. Vielleicht geht mir da durch die Köte flöten. Die Köte floten. Jetzt macht Sinn. Das heißt, Saatgut nachkaufen ist aus. Dünger kaufen ist aus. Gülle und Mist, das machen wir alles aus. Außer beim Tanken. Außer Tanken will ich mir selbst zu einer eigenen Erfahrung machen. Das bleibt an, das bleibt an, das bleibt an, das bleibt an. Alles klar. Ne, guck mal. Den Staubler hat noch kein Helfer gefahren. Der geht ihm mit der Sprit zu Neige. Oh, oh. Ach ne. Wenn der hoch ist, ist gut, ne? Okay, alles klar. Ja, der hatte ich ja gerade erst repariert. Ich dachte, der wäre schon wieder kaputt hier. So, Kollege, was wird denn jetzt hier mit dem Feld? Wir müssen ernten. Der Ernte muss eingefahren werden. Da. Was ist mit dir? Sägewerk. Hier. Alles hier mit Bäume vollpflanzen. Und dann schön so wut, 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 wut. Boom. Tschakalaka, boom, boom. Was ist denn da drauf überhaupt? Aha. Weizen. Und Kartoffeln. Kartoffelfelder immer. Und hier so Sonnenblumen. Oh. Was ist so herzallerliebst? Was war denn da schon wieder? Da krieg ich nicht schon wieder Kohlen. Wieso krieg ich da schon wieder einer Kohle? Wer? Was? Wann? Warum? Wieso krieg ich da einer Kohle? Alter, wollte ich mich verarschen? Wer kriegt denn für einen Tag Arbeit so viel Geld? Das ist Monatslohn. Leute. Ein Tag hier immer. Ich glaube, es hackt im Wald. Aber das ist ein Jahr, musst du nicht wieder arbeiten, du. So, was machen wir jetzt? Äh. Genau. Den Helfer im Auge walten. Die alte Pfeife. Wieso wächst das schon? Jetzt habe ich auch zu wenig Dünger. Sorry. Ich bin gerade ein bisschen faul. Hey. Also. Ich bin gerade ein bisschen grazer. Thing Viveat? Oh. 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 Was stimmt denn bei denen denn nicht? Was stimmt denn bei denen? 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 100% Unkraut! Wieso ist da schon 50% Dünger drauf? Unkraut! 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 Oh nein. Oh 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 oh. Na toll. Unkraut auf den Acker, hör mal. Das kann doch wohl nicht wahr sein, du. Raudi, Verkehrsraudi. 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 So, nein, stopp.